Herzlich Willkommen zu Sim-Event. Einladung zu einer Fotoausstellung von Uwe Jürgens. Am Donnerstag, dem 17. April 2008, um 20 Uhr, ist die Vernissage der Fotoausstellung von Uwe Jürgens. Der 1963 in Hannover geborene Künstler zeigt in dieser Ausstellung mit dem Titel Vigna Graffia, Fotografien der besonderen Art. Der weitgereiste Künstler, der bereits zahlreiche internationale Fotoproduktionen geleitet hat, fokussiert bei diesen Fotoarbeiten den Weinanbau auf Teneriffa. Bilder, die überraschen, anregen und dem Betrachter die Bandbreite der Weinkultur erzählen. Die Vernissage ist am Donnerstag, den 17. April, um 20 Uhr im Hause Prebendado Pacheco in Tegeste. Die Ausstellung ist bis 30. April geöffnet, montags bis freitags von 17 bis 19 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 17 bis 21 Uhr. Samstags ist die Ausstellung ebenfalls von 10 bis 14 Uhr geöffnet.